Musik Hi, ich bin Mima Molo, wie man schon bemerkt hat, in Hamburg. Wieso schaut Hamburg aus wie Venedig? Jetzt bin ich auch schon in England, schau. Und mein erster Eindruck war jetzt nicht besonders berauschend, weil in der U-Bahn ein bisschen soffener lag. Und als ich mir beim Bäcker etwas kaufen wollte, hatte ich noch meinen Koffer. Und dann stolperte eine Frau darüber, ich entschuldigte mich und sie schaute mich einfach nur grimmig an. Aber es kann nur besser werden. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 An der Stelle möchte ich mal kurz ein paar Informationen sagen, nämlich seht ihr hier das weltgrößte Containerschiff, die MSC Zoe. Die ist 59 Meter breit und 395 Meter lang und sie kann 19.224 Standcontainer transportieren. Wir hatten echt verdammt Glück, dass sie genau zu dem Zeitpunkt im Hamburger Hafen war und das Teil ist echt verdammt erstaunlich. Also wenn ihr irgendwie mal die Gelegenheit habt, das zu sehen, schaut euch unbedingt an. Das ist mega, echt wow, wie groß das Teil ist. Unglaublich. Aber jetzt geht es mal weiter mit dem Video. Oh, 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 okay. I said I gotta run away, get away, get away. Now, too many games and they all tryna play out. Too many people and they all start to change now. Let me take it back, they gon' know my name now. Yeah, we came a long way, but it's one way. Got a long way to go, like it's Monday. Someday, gotta be in L.A. Know I gotta make a workout like chest day. Yeah, we just young and we living. We doing it right over here. Why you missing just me and my homies? We running this city. Not worried about blowing these hundred to fifties. Cause when you get caught up in money, it's fake. The happiest thoughts end up going to waste. I got all my people, they holding me down. They all coming with me when I got the crown. So, das war es jetzt auch schon wieder mit unserer Weise nach Hamburg. War im Allgemeinen echt cool, auch unser Hotel. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Ausschnitte reingeschnitten, weil es so Sachen gab wie das Gewürzmuseum, wo ich nur was gefilmt habe, um die Langeweile zu überblicken. Aber trotzdem würde ich sagen, jeder, der mal nach Hamburg fahren will, macht es. Also, ich komme mir jetzt so vor, als würde ich aus einem Kaff kommen. Was wohl oder übel vielleicht sogar stirbt. Morgen fliege ich wieder nach Hause und ich hoffe, dass ich erstens einen Fensterplatz bekomme und zweitens, dass das Wetter besser ist, weil wir beim Hinflug durch so eine dicke Wolkendecke geflogen sind. Es war schlimmer wie auf der Titanic. Also, auf geht's ins Flugzeug. Das war's. 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 Grace ain't a place that you fall from If I just lay here Would you lie with me and just forget the world?